Der Lehrer fragt in der Schule, weiß jemand von euch, was Wahrscheinlich bedeutet? Und der Fritz, der schaut zum Fenster raus und sagt, ja, ich weiß es. Und der Lehrer, der sagt, na dann komm her und erzähl es und schau mich dauernd zum Fenster raus. Und der Fritz sagt, doch, ich sehe das nämlich aus dem Fenster raus, was das ist. Die Mart, sie geht zur Scheune und sie grinst so froh. Die Mart, sie geht zur Scheune und sie grinst dabei so froh. Sie trägt einen großen Korn, wahrscheinlich holt sie zurück. Und der Lehrer sagt, ja, Fritz, das war gar nicht schlecht. Weißt du, vielleicht noch ein Beispiel, was wahrscheinlich bedeuten könnte. Und der Fritz, der sagt, ja, ich sehe gerade noch eins. Da sagt der Lehrer, dann komm her und erzähl es. Und der Fritz fängt an, ja, das ist nämlich so. Jetzt geht der Knecht zur Scheune und grinst dabei, etwas scheu. Der Knecht, der geht zur Scheune und er grinst, etwas scheu. Er trägt eine große Forke, ja, wahrscheinlich holt er Heu. Herr Lehrer, sagt der Fritz, ich muss mal. Und der Lehrer sagt, ja, dann geht doch. Aber komm gleich wieder. Und der Fritz, der geht und kommt auch ganz bald wieder. Und sagt der Lehrer, jetzt weiß ich noch was, was wahrscheinlich bedeuten kann. Die Magd liegt tot am Boden, der Knecht auf ihrem Bauch. Er wackelt mit dem Hintern, ja, wahrscheinlich stirbt er auch. Die Magd liegt tot am Boden, ja, wahrscheinlich stirbt er auch. Die Magd liegt tot am Boden, ja, wahrscheinlich stirbt er auch. Und der Fritz wird exk viens von Blade. Vielen Dank.